Hey Leute und willkommen im Filmclub. Ja, heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der 27.10.2016. Einige fragen sich jetzt vielleicht, die neu dazugekommen sind, was war am 27.10.? Ja, am 27.10. vor 5 Jahren, 2011 also, ist dieser Kanal zum ersten Mal online gegangen, unter dem Namen MoviefilmTV. Ist also schon einige Zeit her, dann habe ich ein paar Jahre Pause gemacht und jetzt letztes Jahr hatte ich mit Frederik dann wieder Bock, Filmkritiken zu machen. Und ja, zu zweit macht das Ganze ja irgendwie mehr Spaß und dann haben wir dann wieder angefangen. Und ja, das will ich mal oder wollen wir als Gelegenheit nutzen, um nochmal Danke zu sagen für unsere ganzen Abonnenten. Es gibt ja teilweise noch Abonnenten, die schon wirklich fünf Jahre dabei sind und dafür auf jeden Fall ganz herzliches Danke, aber auch an alle, die neu dazugekommen sind. Wir freuen uns über jeden Abonnenten, denn das zeigt, dass wir hier nicht nur mit einer Wand reden oder beziehungsweise mit einem Kameralichtchen, was wir da vor uns sehen, sondern wirklich mit sehr vielen Menschen, klar ist es im Verhältnis zu anderen YouTubern echt nicht viel, aber wenn man sich mal vorstellt, dass da 350 Leute sozusagen einem mehr oder weniger regelmäßig zuschauen, dann freut uns das doch wirklich sehr, dass wir so eine Reichweite haben, denn ja, ich meine, passen nicht in jeden Raum so 350 Leute. Auf jeden Fall, ja, Danke war sozusagen die Bottomline und ja, der Frederik schließt sich da auf jeden Fall an. Und zu diesem Anlass wollten wir euch eine kleine Verlosung wieder anbieten. Ist keine ganz so große Verlosung, aber ja, was Kleines, Feines. Und zwar ein Film, wo die Kritik auch rauskommen wird noch, ich glaube am Samstag, weiß ich nicht so genau, auf jeden Fall kommt die Kritik in Kürze. Und das ist The Gift. Haben wir hier zwei DVD-Exemplare für euch, die ihr gewinnen könnt. Und ja, alles was ihr dafür tun müsst, ist, ja, wie immer eine E-Mail schreiben an filmclub.fl.gmail.com, in der ihr uns, ja, schildert, warum ihr den Film gewinnen wollt und mit wem ihr euch den Film anschauen wollt. In die Betreffsteile bitte wieder packen. Hashtag Gewinnspiel, Hashtag The Gift. Alles klein und zusammen, ohne Leerzeichen, wie üblich. Ja, Teilnahmebedingungen stehen auch nochmal in der Infobox drin. Laufzeit ist eine Woche. Der Gewinner wird per Direktnachricht auf, ja, auf E-Mail-Adresse eigentlich angeschrieben. Und dann gesagt, ja, du hast das gewonnen, bitte teile uns deine Adresse mit und dann schicken wir dir das zu. Weil viele ja immer fragen, wie das Ganze abläuft. So läuft das ab. Und warum wir die Gewinner nicht öffentlich bekannt geben, das hat datenschutzrechtliche Gründe. Das habe ich letztens mal auf einem rechtlichen Seminar gelernt, dass man das wohl nicht darf. Und deshalb werden die Gewinner auch nicht bekannt gegeben. Ja, jedenfalls hier zwei Exemplare von The Gift könnt ihr gewinnen. Danke nochmal an alle Abonnenten. Das hier als kleiner sozusagen, ja, als kleines Dankeschön. Und auch danke an die Agentur, die die ganze Verlosung möglich gemacht hat. Ist wirklich ein sehr interessanter Film, also lohnt sich anzuschauen. Und ja, das war's schon mit dem kleinen Video und der kleinen Verlosung. Ich hoffe, ihr schaut uns beim nächsten Mal auch wieder zu. Bis dahin, euer Lou.